Verschwörung damals und heute. Die Vermarktung. Die flächendeckende Verbreitung vom Begriff Verschwörung oder auch Verschwörungstheorie wurde damals breit flächendeckend lanciert bei der Ermordung oder nach der Ermordung von John F. Kennedy, dem damaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Da gab es verschiedene Theorien, zum einen vom Single-Shooter, zum anderen von mehreren Shootern und dann diese Magic Bullet, die wir hier rechts sehen, die da bei Kennedy eingetreten ist, dann irgendwie eine Kurve gemacht hat, da wieder ausgetreten ist und da beim anderen eingetreten ist und Kurve gemacht hat, ausgetreten und wieder eingetreten. Es gibt da auch einen neuen Film, also noch nicht ganz so neu, aber JFK X, wo sie das Verbrechen des Jahrhunderts auflösen wollen. Wir haben es nicht geschaut, aber müsste irgendwo verfügbar sein. Unten links haben wir ein Podcast von Joe Rogan mit Oliver Stone, wo sie eben über die Dokumentation sprechen, die Oliver Stone gemacht hat, über die Ermordung von John F. Kennedy. Und das zentrale Element ist eben diese Single-Bullet-Theory, also eben eine Theorie, also nichts Faktisches. Auch als Magic Bullet-Theory, der bekannt ist, wurde vorgestellt bei der Warren Commission, das war die Kommission, die die Ermordung von John F. Kennedy untersucht hat und haben da erklärt, was mit der Kugel passiert ist. Und das ist die angebliche Kugel, die Original-Kugel, die eben durch Kennedy durchging. Und dann bei diesem Governor John Corneli ebenfalls rein und raus und wieder rein gegangen ist. Und jeder, der selber schießt oder jagt oder grundsätzlich sich mit der Schusswaffe auseinandersetzt, der weiß, dass eine Kugel, die eingetreten ist in irgendein Objekt und auch wieder rausgekommen ist, die sieht nicht so aus. Aber wir lassen das mal so im Raum stehen. Dann haben wir in der Mitte hier Bilder von Einschusslöchern und verschiedenen Kalibern. Ganz links haben wir die 45er Kaliber, das Größte hier in diesem Beispiel. Wir haben hier rechterhand die 9mm, was der Standardkaliber ist für gängige Schusswaffen für Polizeien. Und dann noch zwei kleinere Kaliber rechts. Und dann hier haben wir die Exitol, also die Austrittslöcher, wenn die Kugel durch ein Objekt durchgeht und dann hinten wieder rauskommt. Die sehen dann so aus. Und interessanterweise haben sie hier das Kreuzverkehr gemacht. Wir haben hier die 45er Kaliber Eintritt und unten rechts haben wir 45er Austritt. Das ist ja dann doch schon ein größeres Loch als das hier. Und wenn wir die 9mm anschauen, das drittrechts ist hier drittlinks, sieht das Austrittsloch so aus. Und das Kaliber 380 ist ja etwas kleiner, würde dann so aussehen. Hier unten haben wir sinnbildlich einfach eine Darstellung, wie es ausschaut, wenn eben diese Kugel, diese Kaliber durch Glas durchdringen. Und wir haben hier eine 10mm und keine 9mm, aber man kann sich etwa ausdenken. Das ist einfach sinnbildlich. Wir wissen hier nicht, aus was für einer Distanz das geschossen wurde und was für eine Art Glas das war. Aber es geht hier mehr sinnbildlich darzustehen, was Kugelgrößen ausmachen. Und wir sehen hier auch, diese Kugelgröße ist nicht besonders groß. Wir werden dann auch noch genau sehen, was für ein Kaliber das sein soll. Und unten links haben wir einen Clip-Ausschnitt aus eben dieser Dokumentation von Oliver Stone. Und da wollen wir kurz reinhören. Und es geht hier wirklich ums Hören an sich, weil es ist spannend, was sie da sagen. Wir versuchen es hier auf Deutsch untertiteln zu lassen, vollautomatisch, ohne Gewehr, dass das funktioniert. Die FBI concluded that all three bullets struck inside the car. Die Warrant Commission put itself in a straitjacket. They could not possibly allow more than three shots, because four shots or more would have clearly indicated conspiracy and they were not going there. Das ist ja spannend, die Aussage, die er hier macht. Also sie gehen nach wie vor davon aus, es ist ein Singleshooter. Einer, der geschossen hat, und zwar dreimal. Und die Warrant Commission Souvenire sagt, die haben sich in diese straitjacket, das ist so eine Zwangsjacke, gedrängt oder gezwängt. Weil wenn sie gesagt hätten, da gäbe es noch einen zweiten Schützen, das wäre ja dann per Definition eine Verschwörung. Es benötigt mindestens zwei. Und sie wollten auf keinen Fall da hingehen. Deswegen bleibt es bei diesem einen Schützen mit drei Kugeln. Und das ist die Verschwörung, die hier ernsthaft passiert ist. Und wir hören weiter. So how does one account for one bullet hitting two victims and doing all this damage? Arlen Specter was a Yale Law School graduate working in the Philadelphia District Attorney's Office when he was asked to serve on the Warren Commission. Aha! What if one bullet made all seven wounds? Arlen Specter, he is the one that gave birth to the single bullet theory. What if one bullet went into Kennedy's back and came out his neck and then went into Connolly's back, piercing the lung, destroying four inches of the right fifth rib, exiting from the front of his chest, going into the back of the wrist, shattering the distal and the radius. And a six foot four guy like Connolly, that's a big heavy bone, comminuted fracture, exits from the front of the wrist, goes into his left thigh. Whatever you want, whatever you need, this bullet happily and readily obliges you. It is indeed a magic bullet. Ja, das ist das, was er da im Interview gesagt hat. Es ist wirklich eine magische Kugel. Wie er auch sagt, hat da Rippen wurden traktiert und dann das Handgelenk wurde traktiert und dann sieht die Kugel sicherlich nicht mehr so aus. CE 399 was the magic bullet and all government investigations so far Ja, also die Theorie, also respektive die Kugel aus dieser Magic Bullet Theory ist die Grundlage für überhaupt irgendwelche Investigationen, die da diese Warren Commission gemacht hat. Also dass, wenn man auf einer Theorie basiert und die Fakten nicht bringt, dann ist und bleibt es eine Theorie. Und so kann man ja sagen, dass der Single-Shooter-Theorie, der Single-Bullet-Theorie ist eine Verschwörungstheorie, aber die Verschwörung kann ja Harvey Lee, Oswald ja nicht alleine gemacht haben. Also, aber die Warren Commission, die waren ja nicht alleine. Da gab es ja mehrere Leute involviert. Okay. Dann hier ein Vergleich. Links haben wir verschiedene Kaliber. Eine 7,9 Millimeter Mauser wird auch als 8 Millimeter genannt. Dann haben wir die 6,5 Millimeter. Das ist das, was eben in Lee Harvey Oswalds Gewehr verwendet wurde. Und dann gibt es noch die 7,5 Millimeter Carcano. Hier sehen wir die Größenunterschiede und wir sehen hier auch, das ist die kleinste, das kleinste Kaliber, wenn wir uns an die Einschlusslöcher erinnern, ist eben diese 6,5, müsste irgendwo zwischen 9 Millimeter und 3,80er Kaliber sein. Dann unten in der Mitte haben wir eben diese 6,5 Millimeter Carcano Rifle, wo Lee Harvey Oswald anscheinend verwendet hat. Also definitiv kleiner als 9 Millimeter. Und wenn wir das Eintrittsloch von 9 Millimeter anschauen, müsste es ja dann kleiner sein, weil 6,5. Und auch das Austrittsloch ist auch verhältnismäßig klein gegenüber dem 45er Kaliber und das andere noch kleiner. Genau. Und dann bei Glas, wie wir schon gesehen haben. Und oben in der Mitte haben wir jetzt eben so eine Pistole, genannt Desert Eagle. Und das ist diese 45 Kaliber Pistole. Und man sieht es hier schon an der Größe der Pistole selbst. Also das ist fast so lang wie der Unterarm des Mannes hier. Und eben diese Pistole oder die Kugeln aus dieser Pistole machen so ein Loch, wenn sie beim Zielobjekt hinten wieder austritt. Warum ist das wichtig? Es gibt hier ein Video, kann man sich anschauen. Anatomy of Headshot. Wir schauen das hier nicht an, aber da wird darauf eingegangen, wie die Anatomie aussieht, wenn man einen Kopfschuss macht. Oder was es mit dem Kopf macht, wenn eine Kugel eintritt, aber auch auf der anderen Seite wieder austritt. Und ob sie eine gerade Linie macht oder ob sie durch den Aufprall durch den Knochen hier Kurven macht. Kann man das Video anschauen, wenn man will. Dann aber wollen wir hier ein bestimmtes Video genau anschauen. Und zwar gibt es anscheinend zwei Originalfilme von dazu mal. Der eine ist der Zapruder-Film, den werden wir oben rechts sehen. Und der andere ist der Orville-Nix-Film unten rechts. Und links haben wir zwei Spielfilme von Hollywood, die eben die Ermordung von John F. Kennedy zeigen. Wir werden das Ganze analysieren. Wir werden hier aber den ersten Durchgang einfach mal laufen lassen, damit ihr seht, was euch erwartet. Vielen Dank. Okay, das wären die Ausschnitte. Im ersten Durchgang wollen wir uns nur auf den Vordergrund, die Vordergrundobjekte, konzentrieren und schauen, was wir da sehen. Also oben links haben wir sie im Vordergrund. Wie sieht das wie ein Teleportman? Und dann hier, vorläuft noch kein Vordergrund, ist einfach die Limousine. Dann ist hier dunkel, weil sie eben hier schneiden müssen, damit es wieder synchron ist mit dem Original. Und hier haben wir eine Tafel im Vordergrund. Und wenn wir schauen, hier die Tafel. Wir haben Ruckler in der Kamera. Kennedy komplett weg. Und dann, wenn er wieder vorkommt, beginnt er schon, sich an den Hals zu fassen. Okay, und jetzt dann unten links. Wir sehen hier oben links im Vordergrund die beiden. Er fasst sich an den Hals, weil er da irgendetwas hat. Sie ist besorgt. Und dann unten links. Und dann unten links. Ja, unten links, sehr spannend, haben wir schon, bevor es wirklich losgeht, das ist ein Ausschnitt aus Watchmen, wo wir hier im Vordergrund einen Mann haben, der die Sicht verdeckt zu Jan F. Kennedy. Und ab dem Moment, wo die Sicht wieder auf Jan F. Kennedy frei ist, sehen wir, wie sein Kopf explodiert. Und was wir hier vor allem sehen ist, der Typ hat eine Kamera in der Hand. Und es suggeriert, dass dieser Typ hier, dieser Zappbruder ist, der das Filmmaterial oben rechts gemacht hat. Was auch noch spannend ist, ist oben rechts im Vordergrund, und zwar hier. Einmal hatten wir ja diese Tafel, die da im Vordergrund ist, wo eine Kugel ihn trifft. Oder vermeintlich ihn trifft. Und da schaut auch dieser Governor merkwürdig. Weil theoretisch, nach der Single-Bullet-Theorie müsste ja genau das die Kugel sein, die ihn ja auch getroffen hat. Aber hier sehen wir Artefakte aufkommen. Und wenn wir da etwas weiter zurückgehen, genau, da kommt da schwarze Rahmen. Ah, hier gibt es noch ein weiteres Vordergrund-Element. Diese Laterne. Vielleicht nicht so relevant. Und dann hier können wir sehen, das wäre wie eine Reflexion oder Spiegel von oben. Insofern noch plausibel. Heute in der digitalen Welt halt schwierig nachzuvollziehen. Aber was merkwürdig ist, ist dieser weiße Streifen. Was viel mehr Sinn machen würde. Okay, gut, weiß insofern, wenn bei der Entwicklung des Films zu viel Licht reingekommen ist, dann ist alles weiß. Aber es ist ja auch hier spannend, diese harte, scharfe Kante von weiß gegenüber der Kante hier, sehr soft. Und hier ebenfalls sehr soft. Und grundsätzlich ist das ganze Filmmaterial, also Film, Film, ja, physischer Film, nicht digital Video, ist dieser Streifen einfach sehr hart. Und dann geht er runter und dann kommt da scheinbar wieder Reflexion hoch von vielleicht diesen Leuten hier, die wo, gar nicht, wieder da hinkommen. Und dann, puff. Gut, das wäre mal der Vordergrund. Hier haben wir zwei Motorradfahrer, hier haben wir zwei Motorradfahrer und am Anfang haben wir diese zwei Motorradfahrer hier im Film, auch hier nochmals. Also das ist eine möglichst akkurate Wiederherstellung von dem, was passiert ist. Und jetzt wollen wir auf den mittleren Layer uns fokussieren, nicht auf den Vordergrund, und schauen, was da passiert. Also mittlerer Layer wäre hier eigentlich eben diese TÜV-Fahrer, Motorradfahrer, Motorradfahrer, dieses Fahrzeug hier. Und der Hintergrund wäre das Gebäude. Und hier wäre eigentlich schon der Mittlergrund des Fahrzeugs selbst mit Ihnen drin. Da sehen wir, sie schaut nach links, sie schaut nach links. Sie dreht den Kopf um. Dann wird es hier dunkel, weil sie eben hier geschnitten haben, um zu synchronisieren. Und wir sehen hier John F. Kennedy noch winken. Dann kommt eben dieses Sichthindernis, was ja sehr verdächtig ist. Und kaum ist dieses Sichthindernis weg, greift er sich an den Kragen, was wir dann auch hier links sehen. Er hat offenbar Schwierigkeiten, irgendwie mit Atmen, macht die Krawatte locker. Und dieser Typ hier ist ja spannend. Was macht er da? Er schaut komisch durch die Gegend. Und nach der Single Bullet Theory müsste er ja hier schon bereits getroffen worden sein. Aber sieht hier im vermeintlichen Original Zerbruder nicht so aus. Und dann unten links haben wir eben den Vorteil, dass er ja da in der Sicht steht. Und dann auch wieder, kaum ist er aus der Sicht, explodiert sein Kopf und wird nach Hintern geschleudert. Und das ist sehr spannend, das Nachhinter und Schleudern oben links. Und dann haben sie doch sehr detailliert gezeigt, wie so ein Inneres des Kopfes aussieht. Und dann diese völlig nicht rationale Handlung von Jackie, dass sie nach hinten geht und entweder die Kugel sammelt und die des zweiten Schiessers schützen oder Hirnfetzen zusammen sammelt. Wer macht sowas? Okay, gut. Also mittlerer Level. Und dann haben wir hier unten eben nochmals Kopfschuss. Er spickt nach hinten. Und in dem Moment sehen wir auch hier der Gouverneur, der sich nach vorne beugt oder duckt. Kann sein, weil quasi Reflex, ja, wenn geschossen wird, duckt dich. Oder weil er angeschossen wurde. Gehen wir nochmals etwas zurück. Was haben wir oben rechts? Was macht da der Gouverneur? Bei dem Schuss, der in der Single-Bullet-Theorie ja der Gouverneur selbst angeschossen werden hätte müssen, schaut komisch zurück. Und dann, wenn Kopfschuss, dann duckt er sich relativ zügig. Schaut nochmal ganz kurz hoch und schauen wir unten rechts, was da passiert. Sie lehnt sich vor, weil sie sich Sorgen macht, gerne was. Sie sind da noch oben. Dann lehnt er sich zurück, der Kennedy. Und die anderen versuchen, sich zu ducken. Und spannend ist ja das, Unten rechts, Kennedy, ganz gemütlich nach hinten. Schaut man unten links. Gar nicht gemütlich. Zurückgelehnt. Schaut man oben rechts. Ja, etwas gemütlicher zurückgelehnt. Und oben links. auch nicht gemütlich zurückgelehnt, aber es ist ja auch irgendeine Zeitluppenaufnahme. wichtig ist hier zu erkennen, was passiert mit seinem Kopf. wo muss die Kugel, die diese Wunde verursacht haben, eingetreten sein? Und was für ein Kaliber muss diese Kugel gehabt haben, damit so eine Wunde entsteht? Das ist die Frage, das ist die Frage, die wir stellen. Und wir haben hier links drei Kugeln, beispielhaft von links, 7,92, auch genannt 8 mm, also immer noch kleiner als das, was aus der Pistole rauskommt. 6,5 K Kano, das ist die Mitte, das ist das, was auch bei Lee Harvey Oswald verwendet wurde angeblich. Und dann noch die 7,35 mm K Kano ist, wie man auch schön sieht, etwas dicker. Dann haben wir hier in der Mitte unten eben das Gewehr, das Lee Harvey Oswald angeblich verwendet hat. Und das verwendet Kaliber 6,5 mm. Und wenn wir rechts schauen, haben wir eben die 9 mm Eintrittsloch. 9 mm Eintrittsloch. Wir haben 3,80er Kaliber, was kleiner ist als 9 mm. Und auch hier das Austrittsloch von der 3,80er Kaliber. Und wir gehen davon aus, dass diese 6,5 mm irgendwo sich zwischen diesen beiden bewegt. Und hier haben wir eine Pistole, Desert Eagle, die hat ein Kaliber 45. wenn nicht auch 50. 50er Kaliber. Und wir sehen hier, das ist ein ausgewachsener Mann, der hält diese Pistole. Und man kann hier auch erkennen, dass der Lauf selbst beinahe seinen Unterarm füllt, aber seine Hand komplett füllt. Und eben diese Pistole ist es, die so ein Eintrittsloch macht, und so ein Austrittsloch. Und wenn wir uns die vermeintliche Wunde von JFK anschauen, dann müsste es ja etwas Größeres gewesen sein, als das da. Und die Desert Eagle gab es wahrscheinlich zu damaliger Zeit gar noch nicht. Verschwörung damals und heute die Diskreditierung Wohl zu erwarten 9-11 Conspiracy Theories Was dieser eine Satz sagt ist, dass es verschiedene Theorien gibt und Al-Qaida ist eine davon. Wir haben das auch übersetzen lassen. Es gibt verschiedene Verschwörungstheorien, die die Vorbereitung und Durchführung der Anschläge vom 11. September auf die Vereinigten Staaten anderen Parteien als oder zusätzlich zu Al-Qaida zuschreiben. Also auch Al-Qaida ist auch nach Wikipedia eine Verschwörungstheorie. Nicht bewiesen, nicht erwiesen. Und dann auf der rechten Seite haben wir 9-11 Conspiracy Theories How They've Evolved also wie sie evolved sind. Das ist ein Artikel, der wurde im August 2011, also gut zehn Jahre danach, publiziert. It may be ten years since the attacks of the US in the US on 11. September But Conspiracy Theories Have Not Faded Over Time says Mike Rudin. Wer auch immer das ist, aber es scheint, dass er diesen Artikel erfasst hat. Und dann Numerous official reports have been published since the Twin Towers fell. But just when a piece of evidence cast doubt on one theory, the focus then shifts to the next unanswered questions. Und das ist genau die Grundlage für jede Verschwörungstheorie, diese Fragen nicht beantworten. Aber umgekehrt auch diese Fragen beantworten zu wollen, muss man ja theorieren. Aber die Aussage dieses Artikels ist ja primär vor allem, dass es verschiedene, mehrere offizielle Reporte publiziert wurden, seit diese beiden Twin Towers gefallen sind. Aber jedes Mal, wenn irgendeine Evidenz, eine Evidenz in diesen Reports irgendeinen Zweifel an der Theorie, die dieser Report mit diesen Evidenzen präsentieren will, steht da auf die erste Frage. Also hier haben wir die Tatsache, dass egal wie offiziell oder inoffiziell ist, es ist nur eine Theorie, die mit bestimmten Evidenzen bewiesen werden will, oder versuchen, aber wenn es da Zweifel gibt, dann eben tauchen nächste Fragen auf. Vier Fluglinien mit vier Farben, die an diesem einen Tag geschehen sind und die Flugzeuge, die da gestartet sind, sind nicht da gelandet, wo sie hätten sollen. Gemäß Flugplan. Unten links grün, American Airlines Flight 77 ist in Dulles International Airport gestartet und in Washington D.C. gelandet. Das wäre wohl das Flugzeug, das in das Pentagon reingegangen sein sollte. Interessanterweise gibt es da keine Beweise dafür, aber das ist das Narrativ. Dann haben wir oben die blaue Linie, da ist ein Flugzeug von Newark International Airport gestartet, United Airlines Flight 93 ist irgendwo im Nirgendwo gelandet oder abgestürzt. Auch da kein Beweis von Flugzeug oder Flugzeugteilen, aber egal. Dann haben wir zwei Flugzeuge, die von Boston gestartet sind, von Logan International Airport, Nummer 1 ist das rote, die rote Linie, American Airlines Flight 11 ist los und ist in Manhattan gelandet. Das ist das eine Flugzeug, das niemand gesehen hat, weil es keine Videoaufnahmen davon gibt. Und dann die zweite, ist auch hier mit zwei deklariert, ist das zweite Flugzeug, das dann auch im Fernseher präsentiert wurde, das Flugzeug, das von der anderen Seite her in das zweite Gebäude reingeflogen ist. Und dann eben in der Mitte haben wir diesen BBC News Report on 9-11 was a mistake, not revelation of planned plot. Also, wir könnten jetzt naiv sein und sagen, wer glaubt, dass die Entführung dieser vier Flugzeuge und diese Landung der vier Flugzeuge nicht auf Flughäfen sei kein planned plot, der ist naiv, BBC ist naiv oder zumindest mal diejenigen, ah, USA Today, USA Today, die wären naiv, na, aber es geht hier eben nicht darum, um die Attacken, sondern es geht um den Report von BBC. BBC was a mistake, ja, und es ist falsch, wenn, ein mistake, es ist falsch, wenn man als Nachrichtenportal etwas publiziert, was noch nicht passiert ist und dann wirklich paar Minuten später dann wirklich passiert, weil das ist einfach unprofessionell und, ja, von Not a Revelation of planned plot, ja, können wir schon sagen, dass BBC selbst nicht Teil dieses planned plot war, aber trotzdem, woher wissen denn BBC News, dass WTC7, wird wir gleich noch sehen, WTC7 einstürzt, obwohl es noch steht, also woher wissen sie das, also es muss ja zum einen sicher in der Agency ein Fehler unterlaufen sein, ja, definitiv, aber sie müssen auch davon gewusst haben. Dann gibt es diesen Daniele Ganser, ein Schweizer Historiker, der hat Vorträge gemacht und hat die Frage gestellt, WTC7, Feuer oder Sprengung und dann ein paar Jahre später, keine Frage mehr, wurde gesprengt und er war angesehener Lektor an der ETH in Zürich, aber seit er 9-11, also 2001, in Frage gestellt hat, nicht mehr und da sehen wir auch, wer das offizielle Narrativ nicht glaubt, der muss mit Konsequenzen rechnen, okay, also links, BBC News Report on 9-11 was a mistake, not a revelation of plant blood, in Bezug auf WTC7, World Trade Center 7, und sie sagen da, American Airlines Flight 11, das wäre ja das erste Flugzeug, das niemand gesehen haben will, slams into the North Tower of the World Trade Center, BBC Report a building collapse 26 minutes early, it was pre-rigged demolition, und wenn wir den Zusammenfall aller drei Gebäude, also Twin Tower 1 und 2 und WTC7 anschauen, dann, ja, wir lassen hier ein Video kurz laufen, und hier wohlbemerkt, ja, das ist am spannendsten am Ganzen, es ist von NIST, National Institute for keine Ahnung was, aber das waren diejenigen, die die Untersuchung für Ground Zero gemacht haben, und sie haben den ersten, den ersten offiziellen Report rausgelassen, und sie sagen selbst auf ihrem eigenen YouTube-Kanal, why the building WTC7, also World Trade Center 7, fell, es ist gefallen, es ist nicht eingestürzt. Und hier haben wir National Institute of Standards and Technologies, also wie Gebäude standardmäßig zusammenfallen soll. New York City, 2001. No tall building had ever collapsed primarily due to fire. But that's exactly what investigators believe happened to the Yeah, die investigators glauben, dass das passiert ist. 47-story World Trade Center Building 7 on September 11th. According to a three-year comprehensive building and fire safety investigation just completed by the National Institute of Standards and Technology or NIST. World Trade Center 7 collapsed because of fires. 7-Eleven haben wir 9-Eleven 7-Eleven Warum 7-Eleven weil Donnie Trump Es ist kein Versprechen was Donnie Trump hier macht. Es ist absichtlich dass er 7-Eleven gesagt hat und nicht 9-Eleven Was auch immer er da sagen wollte vielleicht war das so ein Hint auf das siebte Gebäude vielleicht auch nicht können wir nur spekulieren und dann wollen wir hier das müsste der kurze Video sein Genau 2 Minuten 42 das schauen wir uns nicht an aber da ist eben diese BBC World da haben wir Fehler in unserer Episode es ist BBC World und nicht BBC News aber auch zu vernachlässigen und dann haben wir hier im ersten Video wenn ihr das selbst anschaut da wird vom Marriott World Center gesprochen wer von euch kennt dieses Gebäude Marriott World haben wir nicht gekannt ist ein 22 Stockwerke hoches Hotel at Third World Trade Center within also das heißt wenn das dieses Gebäude wäre dann ist es unmittelbar unterhalb dieser zwei Tower also insofern völlig nachvollziehbar dass auch dieses Gebäude zerstört wurde währenddem die beiden zusammengefallen sind dann haben wir uns gefragt okay wenn da NAPS World Trade Center 7 also seit Daniela Ganza wissen wir da gab es noch ein siebtes Center aber seit wir die Recherche gemacht haben für dieses Video haben wir gefunden da gibt es noch weitere Gebäude von denen wir nie gehört haben und wollten herausfinden welche Gebäude was sind da gibt es 7 World Trade Center 7 World Trade Center WTC WTC 7 Tower 7 as an office building constructed as part of the new World Trade Center in Lower Manhattan New York City the tower is located on the owner city block bounded by Greenwich Wessi Washington and Barclay Street so scheint das Gebäude auszuschauen ist das das Gebäude das angestürzt ist the original WTC 7 hatte 47 Stockwerke und wenn wir hier schauen haben wir hier zumindest mal dasselbe Jahr 1987 1987 completed aber wir haben hier keine Stockwerke angaben hier kommt das neue aber wir haben uns wir haben die Stockwerke verglichen weil da gibt es haben wir wieder schlecht gemacht hier gibt es noch das Salomon Gebäude Gebäude ja also wenn ihr die Folien auf unserer Webseite runterladen werdet ihr sehen dass da noch eine Folie gibt und wir haben uns gefragt was das soll und wir haben hier quasi das Original von damals dauert auch neun Minuten wir werden das uns anschauen einfach nur um feststellen zu können wer und wo und wie die Verschwörung passiert und genau das ist das Problem an diesem Originalen was wir hier jetzt nicht rekonstruieren können aber es ist angeblich da sieben Minuten nach fünf am Abend und er spricht vom Solomon Gebäude und das Solomon Gebäude ist eben nicht WTC sieben Schellers about the Salomon Brothers building and its collapse well only really what you already know details are very sketchy there is almost a sense downtown in New York behind me down by the World Trade Centres of just an area completely closed off as the rescue workers try to do their job but this isn't the first building that has suffered as a result we know that part of the Marriott Hotel next to the World Trade Center also collapsed as a result of this huge amount of falling debris from 110 floors of the two twin towers of the World Trade Center as you can see behind me the Trade Center appears to be still burning we see these huge clouds of smoke and ash and we know that behind that there's an empty piece of what was a very familiar New York skyline a symbol of the financial prosperity of this city but completely disappeared now and New York is still unable to take on board what has happened to them today Presumably there were very few people in the Solomon building when it collapsed I mean there were I suppose fears of possible further collapses around the area That's what you would hope because this whole downtown area behind me has been completely sealed off and evacuated apart from the emergency workers that was done by the mayor Rudy Giuliani much earlier today because of the dreadful collapse because that was done It's auch spannend Rudy Giuliani is quasi Donny Trumps Rechtsbeistand und wer zu dieser Zeit war er der Mayor Mayor Bürgermeister von New York done by the mayor Rudy Giuliani much earlier today because of the dreadful collapse of the Twin Towers of the World Trade Center but New York very much a city still in chaos the phones are not working properly the subway lines are not working properly and we know that down there near the World Trade Center there are three schools that are being turned into triage centers for emergency treatment and I know that over in New York Harbor where the famous Statue of Liberty is there is a field hospital where 1500 people are being treated and we have heard though it's unconfirmed as yet that 100 New York City police officers have been taken there as well for treatment but we do need to confirm those figures for the officers it's now what some eight hours since the attacks is there any estimate yet available of the number of casualties in the World Trade Center by the mayor of New York Rudy Giuliani that it's too frightening to think how many there could be we know that it's about almost 300 people on the airliners that were used in these attacks but you've got to remember this was nine o'clock in the morning on a Tuesday morning it's busy in downtown Manhattan in the financial district then the World Trade Center itself has 50,000 workers there are tens of thousands of tourists who go up there every day the figures are almost too frightening to contemplate you can understand why nobody yet wants to put a figure on them listening to the mayor Rudy Giuliani a bit earlier one of his messages was business as usual we won't let this get us down but presumably a lot of Manhattan people must have fled the city to Long Island to get trying to but you remember that very early on all the bridges and tunnels to the city as well as the airports were closed New York was and that is spannend when New York respektive Manhattan alle Brücken und Tunnel sperrt that we had in the film or in the film trilogy Batman by Christopher Nolan seen how that is what does also there is some connection to deal essentially now we do know that the Long Island railroad has become begun running again to get people out of the city if they can and people who can't manage to get out and perhaps live in that area they're being offered accommodation in empty school buildings but certainly I saw earlier on today huge crowds of people desperately trying to walk up up where to go and you have to remember even now I don't think people can sink in to what's happened We haven't for the past hour or so heard much from the people of Manhattan you're with them there I mean what are they saying tonight after this catastrophic attack As I said many just cannot believe this has happened and I've seen big burly men and women with tears in their eyes today shaking their heads wondering what on earth is going on there was a sense of panic our reports from the scene were people just absolutely horrified and I've already seen some photographs of that a man took down in the downtown area and it looks like the aftermath of a huge atom bomb or something just just full of debris and of That is also spannend that you selbst that word in the mund Atombombe weil Atombombe ist ja eigentlich auch in der andere Richtung eine nuklear nuklearer Springstoff und da gibt es Studien Analysen darüber dass eben nukleare Springstoffe verwendet wurden waren vor allem bei Twin Tower 1 und 2 weil irgendwie muss man ja dieses Stahl auch zum Schmelzen bringen oder nicht schmelzen sondern kollabieren Are they talking yet about revenge and what the government should do to counter this threat or are they numb still? I think people are still numb and I don't think people are talking about revenge in that way at all yet. I think people are still... It suggests that it was only organized to give America the right to give some attacks or terror attacks, as it was planned. It is also called false flag. Too traumatized. We don't know how many people have been killed. We can't even put a figure, I think, when you talk to people, they don't even say how many people might have been killed and injured. And I think that feeling, the idea of the devastation, people don't really know what to say or what to think. I think they feel the bubble of their security as being in America has definitely been popped. This city and this country will not be the same. But they don't really know where to turn. That's the very sad thing. I think there's going to be a lot of very, very traumatized people that has hit them very, very hard. Jane, I think many of us, when we heard the news, perhaps on the radio earlier today, were completely flabbergasted by it and just couldn't comprehend it. I mean, it almost sounded too far-fetched. I was wondering what it felt like for you being in Manhattan. Well, unfortunately, I think we've lost the line with Jane Stanley in Manhattan. Perhaps we can rejoin her and follow that up later. So... So... Trauma, only get trapped in it. We can play in it. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Und zwar die Polarisierung von Verschwörung damals und heute Und der nächste große Event war ja die Coronavirus-Pandemie Und da haben wir oben links den Artikel Und zu deutsch heißt das, warum glauben Leute Covid-Verschwörungstheorien? Könnte da Tradition, Kult die Antwort beinhalten? Ja, und dann oben rechts, das war 2020, also im Oktober 2020 Noch im selben Jahr, wo die Pandemie voll im Gange war Also Mythen über Covid-19 und warum die Leute daran glauben From a human-made virus to vaccine conspiracy theories We rounded up that most insist false claims Falsche Behauptungen über die Pandemie Also in diesem einen Satz hatten sie so viel verkehrt dargestellt, wie man es überhaupt machen kann Also zum anderen mal Der human-made virus Das können wir beweisen Es ist ein menschengemachter Virus Und dann To vaccine conspiracy theories Also dass diese Impfstoffe Keine Ahnung, was für Verschwörungstheorien sie da erwähnen wollen Aber Bill Gates hat ja gesagt, es ist die Endlösung Also von dem her ist die Endlösung keine Theorie Und we rounded up the most insistent false claims Also falsche Behauptungen über die Pandemie Also hier sprechen sie von einem menschengemachten Virus Dann sprechen sie über Impfung Und dann sprechen sie über die Pandemie Aber alles in einem Satz Unten links Covid-19 Conspiracies So after new classified report on virus origins Da gibt es anscheinend einen klassifizierten Report Wie dieser Report klassifiziert ist, wissen wir nicht Aber der könnte ja sicher selbst nachschauen auf PBS NewsHour Woher hat das denn eben dieses Virus gekommen ist Und das ist publiziert worden im März 2023 In der Mitte unten BR24 Faktenfuchs Dieser schlaue Fuchs bringt Fakten Das kursiert zu den Protesten gegen Rechts Also in vielen deutschen Städten gingen am Wochenende Menschen auf die Straße Um ein Zeichen gegen Rechts zu setzen Um Im Netz kursieren nun jede Menge Behauptungen Etwa dazu das Bilder der Demos Blablabla Also das ist eben diese Polarisierung, die passiert Ja, wenn man vom politischen Spektrum spricht Gibt es das Links, die Mitte und das Rechts und das irgendwo dazwischen Aber Das Pendel, so wie es nach links ausschwenkt So wird es auch gleichermaßen nach rechts ausschwingen Also wenn da diese Linksextremen demonstrieren Und auf die Straße gehen Um ein Zeichen zu setzen gegen Rechts Wird es zwangsläufig auch eine Pendelbewegung gegen Rechts geben Das heißt auch die Rechten werden irgendwann irgendetwas machen Und wenn umgekehrt Könnten wir sagen Ja, okay Damals als Donny Trump Präsident war Dann war das Pendel schon nach rechts Und deswegen kommt jetzt das Pendel in die andere Richtung Nach links Wir gehen auf die Straße und demonstrieren Und machen Um ein Zeichen zu setzen Nach wie vor in der Polarisierung Also oben rechts What is Gain of Function And why does not Okay, wir starten unten links Oder links, links Coronavirus Coronavirus gibt es bei Google als Patent The present invention provides a live Attentuated coronavirus comprising a variant replicase Ist da ein Link? Wie ist der ein Link? Ah, das ist schlecht vorbereitet Also grundsätzlich Ja, es gibt ein Potent Ein Patent Genannt Coronavirus Also das Coronavirus Ist ein Patent Faktisch belegbar Beweisbar Beweisbar Keine Theorie Keine Spekulation Gar nichts Und wenn immer du irgendwo Irgendwas von Coronavirus Hörst Dann stelle dir das Patent vor Und nicht die Schauermäschchen Die sie dir erzählen wollen Oben rechts Oben rechts What is Gain of Function And why does it matter In the search of SARS-CoV-2 Origin Also sie sagen es ja schon im Titel SARS-CoV-2 SARS steht für Severe Accurate Respiratory Syndrome Do Für Corona Und V For Virus Und der zweite Und Warum hat Gain of Function Ja, man will ja Man will ja Man will ja Funktionen Man will es ja vermarkten können Und wie wir schon gesehen haben Bei Coronavirus 1 Ist ein künstliches Virus Das aus dem Labor entstanden ist Weil sie Das in die Impfungen bringen wollen Und Ja Ist jetzt hier vielleicht Annahmemäßig spekulativ Oder gedankentechnisch einfach Ja auch das Coronavirus 2 Wird in die Impfung reinkommen Und gut ist The origins of COVID-19 Why it matters And why it doesn't Von CNN Health Why the government Is creating lethal viruses Publiziert Publiziert Im Dezember 2017 Auch hier Es ist offen Öffentlich Für jeden Einsehbar Lesbar Der lesen kann Die Regierung Die Government Bauen Bauen Tödliche Viren Dann haben wir The Council on Foreign Relations Das wäre In der Schweiz Quasi das Außendepartment Und in der In Amerika einfach so Ein Think Tank vielleicht Background Will the world Ever solve The mystery Of COVID-19's Origin It is Crucial To learn The facts About how COVID-19 Emerged To prevent Future Outbreaks But China Is rebuffing Calls for Further Investigations Fox Wuhan Schönes Narrativ Angstmacherei Man will nicht Den Ursprung Von COVID-19 Feststellen können Weil Weil Würde man das Dann ist der ganze Spuck vorbei Und das National Institute for Health National Library National Institute for Health Hat da auch An Artikel The origin Of COVID-19 And why it matters Also sie schreiben Sie schreiben auch Davon Einfach nur Damit sie mitmachen Weil niemand will Ausgeschlossen sein Schauen Dass wir hier nicht Den Link aufmachen Ja So Und dann geht es Weiter mit Immer noch NIH National Institute for Health In Amerika Coronavirus Zusammengeschrieben Nur das C groß Ohne Abstand Hat eine Patentnummer Also Können wir hier Sagen Es ist nicht Google Die uns In der Information Bubble Irgendeinen Scheiß Andrehen Wollen Sondern es Auch Das NIH Das uns In Dieser Ein Bubble Halten Will Dann hier Rechts Haben wir Das Original Abkopiert Mit dieser Nummer Und diese Nummer Haben wir Hier auf Dieser Webseite Eingegeben Und sind Eben auf Diesen Artikel Gestossen Weswegen Wir Imstande Waren Hier Print Wins Zu Machen Aber Nicht Nur Google Hat Patente Aufgelistet Auch Patent Body Von Von Dem Wir Auch Ausgehen Dass Das Eher Nicht Seriös Ist Aber Trotzdem Sie Haben Es Aufgelistet Und zwar Schon Im November 2018 Was Ja Drei Nein Das Ist Ja Mal Drei Zwei Jahre Bevor Die Pandemie Lanciert Wurde Akzeptiert Wurde Und Dann Ist Es Spannend Wo Kann Man Oder Kann Man Keine Patente Machen Und Da Haben Wir Eine Seite gefunden Ist Hier Eine Hand Also Ihr Könnt Da Aufklicken Elemente Die Ein Patent Nicht Möglich Machen Es gibt Bestimmte Elemente Und Situationen In Die Ein Patent Einfach Nicht Möglich Machen Dazu Gehören Doppelpunkt Und Dann Sagen Sie Hier Die Nicht Von Menschen Entwickelt Oder Verändert Wurden Mit Anderen Worten Man Kann Patentieren Was Menschen Entwickeln Und Oder Verändern Und Wäre Eben Dieses Sogenannte Virus Das Niemand Bewiesen Hat Leben Dann Hat Es Den Menschen Nicht Entwickelt Und Auch Nicht Verändert Wiederum Das NIH SARS-CoV-2 Slash Covid-19 Also sie bringen das Auch sie vermischen das And Advances In Developing Potential Therapeutics And Vaccines To Counter This Emerging Pandemic Und Da Muss Man Sie Schon Im Klaren Seien Ja Wenn Sie Das Selbst So Auflisten Hier Auch Dieses Patent Erwähnen 2018 Wann Ist Die Pandemie Ausgebrochen Polarisierung Wir Können Es Nur Nochmals Wiederholen For All The Mysteries That Remain About The Novel Coronavirus Die Novelle Ist Auch Eine Geschichte Und Coronavirus Ich höre jetzt nicht zu detailliert definiert Aber hier sprechen sie von Hier sprechen sie von Patent Und Covid 19 Disease Ja Covid Großgeschrieben Also von der Propaganda Pandemic Simulation Exercise Spotlights Massive Preparedness Gap Und darum ging es ja bei der ganzen Angelegenheit Ja Event Tour One Das war die theoretische Hauptprobe Um herauszufinden Sind wir Berat Oder sind wir nicht Für eine Mögliche Pandemie Globaler Ausmaßen Und 2020 Hat man das dann auch praktisch umgesetzt Und festgestellt Nein Da gibt es Leute Die sagen Dass Masken tragen Nichts bringen Und Und alle die die Maske nicht tragen Die werden mit dem Finger Darauf gezeigt Hey Du musst Aber With Each Fictional Pandemic John Hopkins John Hopkins Experts Have designed To take away Lesson Is the Same We are nowhere near Prepared Wir sind in Grenzart Und Weise Berat Ja Da können wir das einfach so akzeptieren Dass wir wirklich Berat sind Also hört auf Scheiß zu glauben Und es ist ja eh nur fiktional Ist ja eh nur ein Narrativ Eine Novelle Zu dem her Bleibt entspannt Novelle Gestrafte Prosa Erzählung Über eine Aus dem üblichen Herausfallenden Begebenheit Zuvor War es Neuigkeit Bericht Über eine neue Besondere Begebenheit Ja Deswegen auch Keine Haltung Keine 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 Behandlung Keine Keine Gar nichts Bringt etwas Man muss etwas Neues erfinden Deswegen Neu Neu Neue Erzählung Übernahme Vom Lateinischen Novella Kurze Erzählung Die Fiktion Eine Annahme Unterstellung Man stellt etwas unter Irgendetwas anderes Erdichtet Im 17. Jahrhundert Als juristischer Und wissenschaftlicher Terminus Bildung Gestaltung Erdichtung Bilden Erdichten Vorgeben Fingieren Das wäre das Verb von Fiktion Und die Fügung Poetischer Fiktion Ist möglicherweise Vom französischen Beeinfluss Spekulativ Aber Es ist eine Unterstellung Es ist eine Annahme Es ist eine Erdichtung Nichts Ist real Weiter in der Polarisierung Hunderttausende Sätzen Ein Klares Signal Hunderttausende Menschen sind An diesem Wochenende In ganz Deutschland Auf Straße gegangen Um ein Zeichen Gegen rechts Zu setzen Politiker Dankten Den Demonstrierenden Für ein Klares Signal Am 21. Januar 2024 Sind wir gespannt Wie lange es dauert Bis dasselbe Passiert In die andere Richtung Wenn Hunderttausende Gegen ein Klares Zeichen Gegen links Gehen Und dann Wollen wir schauen Ob die Politiker Ebenfalls Demonstrierenden Danken Oder ob die Politiker Alle einfach Nur links Sind Das werden wir Sehen Und dann aber Spannend ist ja Hier Google Google selbst Hat eine neue Seite Aufgeschalten Und wenn wir Haben wir Ja wir haben hier Eine Hand Ihr könnt da Drauf klicken Die Quellen Selbst Anschauen Wenn ihr das PDF Von unserer Webseite Herunterladen Löffnet Hate by The Numbers Also hier wird Hass Propagiert Man will Hass Verstreuen Und möglichst viel Hass Propagieren Und aufzeigen Und deswegen Macht man das auch Visuell Darstellbar Online Extremist Communities Are Multiplying Also in der Echten Welt Sind es Attacken Und Online Sind es nur Communities Explore Data From Global Terrorism Database To see How Documented Violent Extremist Attacks Have Increased In The US The UK And Germany Ja da sieht man auch die Großmächte Dann Ebenfalls auf dieser Seite The Current Also der Strom Das Aktuelle Mapping the Journey down to The Rabbit Hole Ja sie gehen da in dieses Hasenloch Und kommen wieder raus In Conspiracy Theories Own Worlds Also sie versetzen sich In Die Verschwörungstheorien Und sagen dann Conspiracy theories Are Legitimizing Violence Impaired Public Health And Und 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 das ist ja spannend Governance Nicht Government Containing The Harms Begins With Understanding The Theorist Not The Theory Also hier propagieren sie Versteht die Theoristen Aber Nicht die Theorie Und hier haben wir Conspiracy theories Und wir sind ja hier in diesem Video dran Das aufzudecken Dass es das nicht gibt Aber trotzdem Have Legitimized Violence Also dieses propagieren von Verschwörungstheorien haben Legitimiert Dass man Gewalt Anwenden Darf Diese Verschwörungstheorien haben Legitimiert Dass diese linken Extremen Dürfen Demonstrieren Und Im nächsten Schritt Und im nächsten Schritt Natürlich auch Gewalt Anwenden Also insofern ist diese Aussage korrekt Ja diese Gläubiger von Verschwörungstheorien Glauben sie Hängen das legitime Recht Gewalt Anzuwenden Und da sind sie auch Bereit Und wir selbst Sind ja Weder Gläubiger von Verschwörungstheorien Nach Verschwörungstheoretiker Sondern wir sehen einfach nur die Fakten Und sprechen die auch Aus Und wir Bühren Schon auch Seit 2020 Eine erhöhte Gewaltbereitschaft Also insofern Kann man schon sagen Die Gläubiger von Verschwörungstheorien Sind Gewaltbereiter Und offenbar Will Google Das legitimieren Darum sagen sie auch Ja Conspiracy Theories Have Legitimized Also sie haben es Gewährleistet Okay gut Aber Die Democratic Governance Ja Governance Ist nicht Das Government Ist noch etwas And Containing the Harms Also The Theorist Begins With Understanding The Theorist Not The Theory Also all Diejenigen Die Verschwörungstheorien Aufstellen Die Machen Leid Aber Nicht Theorie Darin Besteht Ja genau Der Zweifel Es Sind Die Theorien Und Die Gläubiger An Die Theorien Die Das Leid Verursachen Und Nicht Die Theoristen Theoristen Ja Gut Rechts Unten These Things Don't Just Happen Das Das Korrekt Und Deswegen Ist Es Die Verschwörung Weil Es Passiert Nicht Einfach Da Müssen Da Mehr Zusammenspannen Damit Das Funktioniert The Details Of Every Conspiracy Theory Are Unique Okay Good Even Within A Single Theory Multiple Factions Often Coexist Emphasizing Different Players Or Purportate Happenings But Under All Conspiracy Theories Lies A Common Universal Structure Da Da stimmen Wir zu Und gehen Eine Seite Weiter Governance Act Or Manner Of Governing Also Die Art Und Weise Wie man Herst To Rule Administration Rule Of Conduct The Governor To Govern The Rule The Command The Typ Der Das Macht Fowler In 1926 2026 Fights That The Word Has To The Dignity Of Incipient Archism But It Might Continue Useful In Its Original Sense As Government Tends To Mean Primarily To Governing Power In A State Government Government Ist Das Original Von Governance Und Es Geht Da Um Die Governing Herrschenden Regierenden Administrativen Macht Innerhalb Eines Staates Und Dann The Government Act Of Governing Or Ruling Hier sehen wir Dungeon Ist noch The Act Of Governing Act Or Economy Männer Of Governing Sondern es ist nur Der Akt An sich Ja Hier sehen wir Die Feine Nuance Der Governance Ist die Art Und Weise Wie es Zu Machen Ist Und The Government Ist die Exekutive Sie Macht Es Einfach Was Ihnen Vorgegeben Wird Und Da Ist Ja Auch Spannend Wenn Wir Davon sprechen Wer Gibt Der Regierung Vor Wie Sie Zu Regieren Haben Ist Nicht Das Volk System By Which A Thing Is Governed Ja Also Das System Wird Regiert Und Wenn Die Regierung The Government Uns Regiert Sind Wir System Control Direction Administration Modern French Government From Governance To Steer To Steuern Be At The Helm Of Also Den Kopf Anhaben Govern Rule Command Direct Also Regieren Herrschen Regeln Befehlen Dirigieren To Direct Rule Guide Go On Zu Unterstützen Zu Lenken Also Wie man Das Macht Ja Richtungsweisend Sein Das System Sinnvoll In sich Gegliedertes Geordnetes System Also Also wenn Wir Regiert werden Sind Wir Du Und Ich Sinnvoll In sich Gegliedertes Geordnetes Ganzes Entlehnung Vom Spätlateinischen Aus Einzelteilen Zusammengefügtes Und Gegliedertes Ganzes Vereinigung Gruppe Die In einem Staat Zusammenlebenden Staatsgebäude Staatsverfassung Aus Mehr Lehrsätzen Zusammengesetztes Lehrgebäude Eine Kunst oder Wissenschaft Zusammengestellt System Auf Englisch The Whole Creation The Universe Und The Universe In Zwei Teilen Uni Als Eins Und Verse Als Strafe Strafe Strophe Also Eine Strophe Eine Zeile Eine Linie Eine Linie One Line Online Alles Was Online Ist Innerhalb Das System The Whole Creation Und Wer Hat Das Kreiert An Arrangement System From Greek System Organized Whole A Whole Compounded Of Part Also Ja Wir Sind Die Teile Und Wenn Wir Uns Zusammenschließen Dann Sind Wir System To Place Together Organized Form In Order Cause To Stand Ja Wenn Wir Stehen Müssen The Notion Is A Combination Or Assemblage Of Parts Or Things Forming Or Adjusting As A Regular Unconnected Whole Dann God 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 Exist Then The Theory Of White Genocide See Die Eliten Die Juden Macht Wie Keinen Sinn Cover War 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 Famine War And Famine Haben Wir Auch In The Proxy Die Flüchtlinge Agenda Replace White People Die Idee Dass Man Die Weißen Eliminiert Und Ersetzt Mit Refugees Flüchtlingen Misskultur Das Wäre Dann Gustav Couldn't Have Calergy Können Wir Sehen Dann Theory Of False Flags Haben Wir Schon Bereits Gesehen Egal Ob CIA FBI Wer Immer Stage Mass Shootings Ist Hier Als Beispiel Haben Wir Auch Schon Regierungsstürze Die Von CIA Organisiert Wurden Genauso Mal Genauso False Flag The Proxy Crisis Sektors Ja Das Gibt Es Und Was Haben Wir Hier Gemacht Confiscate Guns Da Geht Es Darum Dass Man Die Waffen Ansammelt Waffen Abgibt The Second Amendment Of The Constitution In Amerika Dass Das Gestrichen Wird Und Hier In Europa Haben Wir Das Bereit Schon Weil Wir Schweizer Uns Die EU Angleicht Also Wenn Das Volk Unbewaffnet Ist Kann Der Stab Machen Was Er Will Und In King James Version Der Bibel Matthew Matthias 24 6 7 Da Steht Eben Auch And You Will Hear Of Wars And Rumors Of Wars Du Du Wirst Hören Von Kriegen Und Gerüchten Von Kriegen Und There Will Be Famines Pestil Pestilences And Earthquakes In Various Places Und Da Werden Nahrungs Hungersnöte Pestil Krankheiten Und Erdbeben Seien Verschuldung Und Wenn Wir Da So Reinschauen In Der heutigen Zeit Dann Können Wir Das Bestätigen Also Wetter Die Bibel Ist Eine Theorie Noch Google Kann Da Erfolgreich Ihre Theorien Verschwörungstheorien Verbreiten Von Wegen Flat Earth Genocide And False Flags Weil Es Ist Ja Faktisch Belegbar Wir Haben Auch Hier Zu Kultur Eine Ethymologie Reihe gemacht Zu Ritual Haben Wir Eine Ethymologie Und Tradition Damit Ihr Die Möglichkeit Habt Herauszufinden Von Was Wir Hier Sprechen Und Da Selbst In Kontext Bringen Könnt Polarisierung Weiterhin The Ministry Of Truth In Orwells 1984 Book Analyse Also Innerhalb Dieses Buch Und Wir Haben Das Selbst Nicht Gelesen Aber Wir Haben Das Hörbuch Gehört Da Gibt Es Dieses Wahrheits Ministerium Das Bestimmt Was Wahr Ist Und Was Nicht Wahr Ist Und Was Hat Die Bibel Damit Zu Tun Why Bother With The Bible Salvation Salvation Sometimes Happens In An Instant But Spiritual Maturity Or Sanctification Always Takes Time And Effort Ja Das Ist Das Was Wir Tun Wir Leisten Arbeit Recherchieren Find Out Why It Is Important To Tap Into The Power Of Scripture And Learn How To Do So That Is Our Focus On Truth For Life With All Der Beck Keine Ahnung Warum Wir Das Da So Hingepflastert Haben Aber Unten The Hill Schreibt Joe Bidens Ministry Of Truth Joe Bidens Ministry Of Truth The Biden Administrations Department Of Homeland Security Announced This Week That It Has Launched What Is Being Dopped As Disinformation Governance Was Sie Eingriffen Dieses Ministerium Der Wahrheit Ist Also sie Bestimmen Was Echte Information Ist Was Desinformation Ist Was Falsche Information Ist Was Verschwörungstheorie Ist Und Ja 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 Dann immer noch weiter Auf dieser Google Seite Themistifying The Problem Global Connected And Decentralized Sie Deklarieren Dass das Das Problem Ist Der Verschwörungstheorie Nicht Das Problem Der Verschwörungstheorie Sondern Das Problem Ist Dass Die Verschwörungstheorie Global Sind Sich Vernetzt Haben Und Dezentralisiert Sind Man Kann Sie Nicht Angegen Die Verschwörungstheorie Gläubiger Sind Gleich Global Global Und Dezentralisiert und auch eben diese Extremisten, was ja sie dann weiter unten sagen, to understand violent white supremacy, we need to learn from former white supremacists, abandon myths, also die Mythenloswerden und die ehemaligen white supremacists, also sie weiss, about lone actor violence, also wenn eben diese lone single shooter, ja wie der Harvey Oswald, and investigate the informal networks through which this movement spreads, also sie sprechen hier zum einen mal von white supremacy, also die weiße Überlegenheit, dann dass sie eben global sind und dass sie selbst eine Bewegung sind, und man muss diese Netzwerke zerstören und deswegen werden sie auch das Internet herunterfahren und dann wieder hochfahren und man kommt nur rein, wenn man eine digitale ID hat. Dann weiter immer noch auf dieser Google-Seite, Jigsaw, The Violence, White Supremacy, Nummer 2, Countermeasures in Practice, also sie haben schon bereits Maßnahmen parat, welche sie üben werden oder umsetzen, there is no one solution to dismantle white supremacists, also es braucht mehrere, but a range of countermeasurements, measures exist, also sie haben sie bereits, Organisational, Political and Technological, eben das Internet runterfahren und hochfahren und man kommt nur noch rein mit Digital ID, das ist technologisch, politisch ist das, was wir sehen mit dem Datenschutzgesetz und Logosatorisch ist das Marketing, das sie betreiben. Violent Extremism draws people into increasingly radical circles, ja, diese radikalen Zirkel, das wäre ja noch gut, aber eben diese gewalte Extremismen, Extremisten, aber das ist ja nur Google. Interventions must break this dynamic to create lasting change. Also man darf nicht radikal werden, man darf sich nicht in Kreisen bilden und man darf nicht extrem sein und schon gar nicht gewaltbereit und das mit dem Gewaltbreit stehen wir auch, stimmen wir wieder zu, aber wer bestimmt denn, wer Gewaltextremist ist, wer bestimmt, was radikal ist und wer legitimiert eben dieses Brechen, diese Dynamik um einen lasting change. Lasting change heisst nichts anderes als so wie die Nazis damals die Juden an die Wand stellen und abknallen, das ist nachhaltig, lasting, nachhaltig. There are a number of organizations working to curtail white supremacy by providing innovations that meet people where they are and help integrate them back into society. It will take the work of many organizations, so haben wir die Verschwörer und leaders, to create meaningful lasting change. Ja, sie wollen sie eliminieren, böse Absichten. Below, we profile just a few of the teams that are doing impactful work in this space to highlight different prevention and disengagement strategies at work today. Radikal, bis auf die Wurzel, bis zum Äußersten geht, gründlich, gänzlich, rücksichtslos, rigoros, entlehnt vom 16. Jahrhundert, radikal ist, an die Wurzel gehen. Also wenn man wirklich auf die Wurzel geht von Verschwörungen, von Verschwörungstheorien, dann ist man eben radikal und das ist das, was wir auch sind. Wir sind radikal diesbezüglich und wollen das auf den Grund gehen und euch aufzeigen. Es gibt keine Verschwörungen, es gibt keine Theorien davon und ihr könnt selbstverständlich weiterhin daran glauben, wenn ihr das wollt. Aber wir sind nicht white, also keine white supremacists, wir sind keine Extremisten, nein, wir zeigen nur auf, was ist und was nicht ist. Fügung vorkommend, besonders das Alba, ja Gott, das ist egal. Dann, jeder Schuss, ein Russ, ja, da würden sehr viele heute das auch wieder sagen, seit Russland in Ukraine unterwegs ist, Hass, Leid, Schmerz, Tod. Dann hier, jeder Stoß, ein Franzos, das war vielleicht damals, französische Revolution, aber die Aussage ist dasselbe, ja, hauptsache Morden, so einfach wie möglich und das propagieren, um Schmerz, Leid, Tod, Zerstörung zu bringen. Dann hier, Schluss mit dem amerikanischen Krieg in Korea. Amerika hat in Korea Krieg geführt, wo auch nicht, ja. Dann oben rechts, der Professor links, ist der Terrorist rechts. Der Worshipper, Gläubiger, Heiliger, keine Ahnung was, ist der Terrorist auf der anderen Seite. Der Held ist auch der Terrorist und Future Hero und Future Terrorist. Ja, und hier, all die Rassisten unter euch, die sehen hier den Unterschied zwischen der vermeintlichen Hauptfarbe, obwohl es hier nur Comic ist, und dass diese vermeintliche Hautfarbe Differenz eben den Unterschied macht, aber es ist eben nicht die Hautfarbe, die den Unterschied macht, sondern es ist das, was ist, ja. Es sind die Professoren an den Universitäten, Institutionen, die die Terroristen ausbilden, ausselektieren, auswählen. Da gibt es Mainstream-Dokumentationen wie diese Geheimgebünde, wie Freimauer, Skull and Bones und Co. funktionieren. Es sind dieselben. Hat mit der Hautfarbe nichts zu tun, aber mit dem Beruf. Dann die Gläubiger, die sich selbst in die Luft sprengen, weil sie an Allah glauben oder keine Ahnung was, sind ja gleichermaßen auch die Terroristen, hat ebenfalls mit der Hautfarbe nichts zu tun. Dann die Helden sind die Krieger, die Soldaten, die in den Krieg gehen, um zu morden, und dort, wo sie ankommen, sind sie Terroristen, weil sie da Zivilisten abmurksen, hat ja Amerika breitflächlich gemacht, kein Geheimnis mehr. Aber trotzdem werden die Amerikaner als die Helden angesehen, während die anderen auf der anderen Seite als Terroristen angeschaut werden. Aber eigentlich sind die Amerikaner, die Engländer und die Deutschen Terroristen, wenn sie in einer Fremdländer langgehen und massenmäßig abmurksen, schlachten, töten. Und auch hier, auf der anderen Seite, der eine ist der Held und der andere ist der Terrorist, ist dasselbe wie dann mit den Soldaten. Es hat nichts mit der Hautfarbe selbst zu tun, sondern mit dem Glauben. Wenn wir töten, dann sind wir Helden, aber auf der anderen Seite verbreiten wir Leid und dann wären wir Terroristen. Und wenn die anderen bei uns Leid verbreiten, sind sie Terroristen, aber wir sind ja genau dieselben Terroristen, wenn wir da hingehen und Leid verbreiten. Das ist unter dem Strich das klassische Divide e Impera, Teile und Herrsche. Ich glaube, dass die USA-Mekanischen Soldaten und ihre Schergen oder die NATO-Schergen die Guten sind, die Helden und die, die sie umbringen, sind die Terroristen und die, die sie verteidigen, sind die Terroristen. Und wenn dann eben diese Terroristen in ein anderer Land gehen, sind sie Terroristen, aber wenn sie in andere Länder gehen, sind sie auch Terroristen. Und dann Verso un nuovo mondo oder Abchau. Das ist ja die Grundbasis von allem, diese Weltverschwörung, diese eine Weltordnung, neue Weltordnung. Das ist immer so das Schlagwort. Und hier die klassische Pyramide hatten wir eingangs schon, die Pyramide gibt es nicht. Und in der Polarisierung ist so Police to Police. Wir müssen die Polizei überwachen, weil sie sonst weiterhin Morde inszenieren, Polizeigewalt durchführen, was ja wirklich passiert. und einfach sich schlecht verhalten und deswegen auch schlechte Kritik einhalten. Dann Black Lives Matters, ja, Black Lives Matters, Black Lives, ja, Black Lives. Und das sind ja alles Weiße. Das ist das White Supremacy nicht. Wenn die Weißen auf die Strasse gehen und sagen, die Schwarzen brauchen genauso Supremacy, wie wir sie haben. Scheiß Rassisten. Ah, jedes Leben, jedes Leben ist bedeutend. Und da wird nicht unterscheiden zwischen Schwarz, Weiß, Rot, Gelb, Grün, was auch immer was. Das sind eben Rassisten da. Ja, silence is violence, ja, Stillschweigen ist Gewalt. Auch Black Lives Matters und Black Lives Matters, Black Lives Matters geht in dieselbe Richtung, das ist Polarisierung. Und dann hier, die andere Richtung, hier gehen die Schwarzen Rassisten auf die Strasse. This is a revolt against racism. Sie glauben an den Rassismus, deswegen gehen sie auf die Strasse und weil sie daran glauben, sind sie selbst Rassisten. Haben sie vielleicht einfach nicht verstanden. In Frankreich die Gelbwesten und hier nochmal das Black Lives Matters. Das ist einfach so. Diese mediale Polarisierung und wenn es eben um die Violence geht, um die Stille geht. Und Depeche Mode hat einen Song Enjoy the Silence, wo sie im Lead Text eben auch davon springen, Words like Violence, also in die andere Richtung, ja, sobald man sich ausspricht, Kack Rassisten, hört auf Rassisten zu sein, damit wir weiterhin Rassisten sein können. Violence kreiert Harm, Leiden, Words do harm und Schwure, Schwöre, Schwüre, Eide wurden gesprochen, weil Wörter sind und unnotwendig they only can do harm, also sie können nur Schatten anrichten. Das ist die Lyrics von Depeche Mode Enjoy the Silence. Könnt ihr hier anklicken, könnt ihr anhören. weiter in der Polarisierung, ja, Spaltung, Teile und Herrsche, Palästina gegen Israel, oder besser gesagt Israel gegen Palästina, weil Palästina ist einfach da, Ukraine gegen Russland oder umgekehrt Russland gegen Ukraine, weil Ukraine war ja mal Bestandteil von Russland, Amerika, wie sie da ihre Sicherheit gewährleistet oder gewährleisten will. Und dann haben wir hier die Methodik, Verschwörung damals und heute, Divided and Concord Technique, das ist das Teile und Herrscher Prinzip, man hat irgendein Problem, das man definiert und man will eine neue Lösung und wie kommt man dahin? Man kreiert ein Unterproblem, was keines ist, macht ein zweites Unterproblem, was ebenfalls keines ist, bringt für beide Probleme jeweils eine Lösung und diese beiden Lösungen führt zwangsläufig zur Lösung des eigentlichen Problems. Und die Leute glauben das, weil das ist meistens ein Prozess von mehreren Jahren. Und wir sehen hier auch Sustainability, Sustainable Development Goals, neue Weltordnung, SDGs with significant contribution, Highlighting, das sind die Agendan, die Subprobleme, die man deklariert, um dann schlussendlich eben zur allgemeinen Lösung kommen der neuen Weltordnung. Die andere Methode ist die Hegelian Dialektik auf Englisch, auf Englisch, auf Deutsch wäre es Hegelianische, war auch ein deutscher Philosoph, kann man auch schauen. Ebenfalls hier sind wirklich die Agenda, das Problem, man will etwas. Centralization of Power, also eine Weltregierung, ein Geld, ein Militär, eine Oligarchie. Wie kreiert man dahin? Man muss eine Thesis machen, man macht Terror-Events, Faked or Real, 9-11, unzählige Liste. Dann baut man ein Entities, Increasing Police Data, also ja, mehr Überwachung, mehr Theaterschutz, mehr Videokameras, mehr Kontrolle über dein Handy, damit man sicherstellen kann, damit du dich nicht im stillen Kämmerlück ein Terror-Event machst. Und dann die Synthesis ist Removal of all Freedoms, Transfer to Power und das hatten wir ja 2020 gesehen, wie das funktioniert. Trotz-fatz hat man da den Kriegszustand eröffnet und die Grundrechte eliminiert und eben damit auch die Macht transferiert und sämtliche Freiheiten weggegeben. Na ja, George Wilhelm Friedrich Hegel, das ist der Typ, der eben diese hegelianische Intellektik gemacht hat. Dann weiter, Der Bund, Bundesrat, schreibt in einer neuen Weltordnung Sicherheit 2023, der Nachrichtendienst des Bundes publiziert seinen neuen Lagebericht. Der gewalttätige Linksextremismus wird sich besonders beim Antifaschismus und in der namentlich gegen all dem Rechtsextremismus zugehörig angesehenen Personen und gegen Sicherheitskräfte zu rechnen. Das wäre eben diese Legitimierung von Gewalt durch Verschwörungstheorie, dass die Linken, die linken Extremen, dürfen legitime Gewalt anwenden gegen Menschen, die angesehen werden als Rechtsextremisten, obwohl sie selbst gar nicht so sind und Sicherheitskräfte, die sind meistens gekennzeichnet durch Kleidung und so. Deine Vielen Dank.